Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor. Nicht in der Garage, in der Garage ist gerade schwierig, weil ich musste gestern mal wieder die Erfahrung machen, dass man, ich hatte es vergessen, dass man noch nicht mal Spaß mit Teammates haben kann. Ja, also ich hatte, ich halte jetzt hier keine Schnapsflachen hoch, es war ein lustiger Abend und da war eine letzte Artie übrig und dann zog ich meinem Teammate die Ketten, damit er nicht die letzte Artie bekam und wie auch immer, es mündete in einer Sperrung für eine Stunde. Diese Sperrung von einer Stunde war nicht weiter schlimm, aber nachdem ich wieder entsperrt war, war es folgender Fall, ich rammte einen Verbündeten, mehr oder weniger aus Versehen oder auch nicht und war dann gleich bis Sonntag, also etwas länger gesperrt. Insofern, ich kann euch nichts aus meiner Garage, insofern. Auf die Schnelle, ich wollte euch nur frohes Fest wünschen, genießt die Zeit mit den WOT-Boni, fünffaches glaube ich jetzt sogar, das ist schon mal geil, für mich ja nicht, weil ich ja bis Sonntag gesperrt bin. Also für mich fünffache erst ab Sonntag. Ja, genießt die Zeit, daddelt nicht nur vor dem Rechner rum, sondern macht mal was Vernünftiges. Ich werde ein bisschen drehen, vielleicht kann ich euch auch mal zeigen, ich habe gestern das erste Mal Späne gemacht, war ganz lustig, aber ich kann es nicht mehr, also das ist zu lange her. Egal, kommt mal wieder rein. Jo, macht was Vernünftiges, kümmert euch um die Family, nicht nur um Scheißspielen, denn da ärgert man sich sowieso immer nur, dass man gesperrt ist. Und würde ich mal sagen, im Laufe, ach nee, ich kann ja nicht, na doch, ich habe, ich habe die Möglichkeit noch, naja, das geht schon noch, also erste Freitag, ich bin familiär, zwar viel eingespannt jetzt, aber da kriegen wir schon noch irgendwas hin, ihr hört von mir. Also macht's gut, gehabt euch wohl und kurzes Lebenszeichen. Bis bald! Bis bald! Bis bald!